So, wir sind jetzt hier in dem Hotel, wo wir hin sollten, und schauen uns mal ein bisschen um. Was ist das? Ein Cola-Automat? Okay, das haben wir hier. Ein Telefon. Okay, und das ist ein Schild. Okay, benutzen wir mal die Glocke. Okay, we'll getrennt. Okay. What? Wo? Oh. Ich will. Ich muss nur in meinem eigenen Zeit, um mich zu verabschieden. By the way, danke für mich zu verabschieden. Also, was du hier machst? Oh, du hast eine Karte. jemand anderes wurde... ...murdered, letzte Nacht. Ich habe gehört. Die Begründung war jemanden, der mit Pudding & Pie gearbeitet hat. Lilly. Sie, uh, kommen hier immer wieder? Oh, oh, ja, die... ...die Troll. Ich habe sie gesehen. Ich meine, du weißt, wir haben nie wirklich gesprochen, aber sie kam ein bisschen intimidierend. Fragen wir sie jetzt nach Faith. Ähm... Ob sie Lilly mit jemand anderem gesehen hat, oder ob die Snow gesehen hat, oder diesen... Typen, die sind Fettsack, den einen von den Brüdern. Ich frage mal, glaube ich, erst mal nach Faith. Ich frage mal, glaube ich. Ich frage mal, glaube ich, nicht so. Ich frage mal, aber es ist ein bisschen ein Blur mit allen Namen. Tara, Brandy, Amber, Heather. Sorry. Okay. Ich frage mal, meine Lili. Ich frage mal, meine Lili. Ich frage mal, meine Lili mit jemandem hier? Ich frage mal, meine Lili. Oder jemand, der nennen Sie Herr Smith. Das ist alles, was wir hier bekommen. Smiths, Jones oder Johnsons. Ich denke, die letzten sind Schreien. Ich frage mal, meine Lili. 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 Es war wie unsere dritte Notation. Und seitdem, die geringe Lili haben mich in der Arbeit vermeren, für den Geld und das Interesse. Warum auslichen von diesen beiden? Das war von dem trockenen Mann. Okay, dann fragen wir noch kurz, ob der Snow gesehen hat hier. Ich habe jemanden gesehen, die ich sehr wie sie, aber sie hat nichts gesagt, wenn sie mich gesehen hat, selbst wenn sie wusste, dass ich sie gesehen habe. Ich habe nur gedacht, dass es nicht Snow war und ging über meine Geschäfts. Danke. Warte. Es wird besser, wenn jemand dich sieht, dass sie dich mit mir sehen, damit sie wissen, dass ich dich einfach nicht überrascht. Du bist mit dir selbst. 5 Minuten, bitte. Wir sehen uns, Beauty. Juste bereit sein, wie ich dich versuche. Das wird nicht schwer sein. Wir sehen uns, Bigby. Ich glaube, dass du einen bestimmten Report ausgesprochen hast, oder was. Das ist gut. Es ist nur, dass ich mich gefragt habe, ob ich da muss. Du musst mich nennen? Ich meine, es ist nicht so, dass Beast überhaupt sehen würde, dein Report. Es ist nur... Es ist nicht so, dass ich ein Report ausgesprochen habe, wenn ich mich wähle und wähle, welche Facts zu erinnern. Ich verstehe. Well, hier sind wir. Welcher war es? Okay, ich muss mal einmal kurz mein... Mikro, so. Ähm... Das ist 104. Aber ich würde mal sagen, wir gucken uns erst mal die anderen Räume ein bisschen an. Wollen wir mal look at. Hören wir mal ein bisschen zu. Okay. Die haben da wohl ihren Spaß. Okay. Wollen wir mal oben. Was? Haben Sie diese Räume? Ich dachte, du hast eine Räume. Ich dachte, du hast eine Räume. Nicht diese Räume. Hold auf, Big Beat. Ich kann nicht nur in jeder Räume, die du willst. Ich meine, was wenn jemand da drin ist? Du kannst nicht nur in die Räume gehen. Bitte. Oh, gut. Hey, hey, was the fuck? Sorry. Jesus Christ, you're gonna get me fired. I need this job. I have to do my job. It's not always convenient for everyone, but it does have to be done. Ich fand das jetzt irgendwie lustig. Okay, das ist 205. Können wir mal bitte was hören? Okay. Ich würde mal sagen, gehen einfach mal jetzt in den Raum hier rein, den wir brauchen. Okay. Wir haben einen Tisch, den gucken wir uns mal an. Okay. Und das Bett. Okay. Und das Bett. Aber ist das nicht, warum du hier bist? Warum hast du die Schlüssel? Nein. Die Schlüssel war nur, um sicher zu sein, dass ich das richtige Hotel gefunden habe. Das ist nicht das Räume, den Lilly brauchte. Oh. Hm. Das war doch 207, glaube ich, ne? Ich würde mal sagen. Dann gucken wir uns mal den Raum an mit 207. Genau. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Zumindest versuchen wir es. Okay. Haben wir mal. Hört sich jetzt nicht so an, als wäre da jemand drin. Hm. Okay. Gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein. 207. Open this one. Well, that's weird. This key is supposed to open every room in the building, but it's not working. Beauty! Ah, shit. Beast? Bigby? How could you do this to me? Oh, man. Jetzt versteht ihr das alles falsch. How could you do this? We've been together through everything. I took care of you. I love you. It's not what you think. Please. You're cheating on me? With him? No. No, Beast. I promise I'm not. I'm helping him. That's all. How bad. I'm sure you help each other just great. I know what this place is. This is a murder investigation. She's helping me. Stop lying to me. Oh, my God. What the fuck is wrong with you? She's my wife. Beast, listen to me. There's nothing going on. I'm not. Hey. Bastard. I guess I finally see you for who you are. Stop. Stop it. You told me you hadn't seen her. You fucking liar. You've been sleeping with her this whole time. Listen to your wife. Just calm down and... Beast. What the hell do you think you're doing? You aren't even listening to me. She's my wife, baby. She's my wife, baby. I don't. Just stop. I don't. I don't. I don't. I don't. Was ist das? Aaaaaah! Ouch. Du hast alles verletzt! Sie ist meine Frau! Was? Scheiße, Bigby. Was hast du getan? Was? Was ist das? Bigby? Schau, was du an die Tür hast! Du kannst nicht einfach so sagen, wenn du... Bleib zurück! Du willst das nicht sehen. Alter Schwede. Was ist das? Was ist das? Oh! Oh mein Gott! Nicht nichts mehr. Was ist das? Lilly hat ihre klienten hier gefunden. Mr. Smith. Whoever er ist. Und dann? Was ist das immer hier? Jesus. Ja? 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 Ja... Ja? 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 Ja... Sehr gut. Ja... Okay. Okay. Dann lag ich da vorne noch was. Hier, genau. Apple. Okay. Was ist das? Storybook. Was ist das? Es ist ein Buch über Snow White, oder über die Mundi-Version von ihrer Geschichte. Der Buch ist über sie? Ja. Was ist das? Ich denke, die Apple ist ein Teil seiner Fantasie über Snow White. Das würde erklären, das wir auf dem Boden gefunden haben. Oh, nein. Was ist das? Was ist das? Es ist nicht. Ich würde das mal ausprobieren. Ich denke, es ist nur ein Kuss. Es ist hier, weil sie die Szene aus dem Buch. Natürlich. Das macht perfekt Sinn. Sie waren ausprobieren das Ding mit ihrer Stepmother und die Apple. Das ist wirklich kreppig wenn man sich so über das. Sie wissen, sie hat fast die Möge nachdem... ... als... ... als... ... ... als... 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 Okay. Oh, no, there's more? What? What now? This is the same dress as the one in the book about snow. I think Smith was dressing Lily up in it to recreate the snow from the book. You're right. It's the same dress. It's another match to what's in the book. God, I can see the whole picture now. It all goes together like you said. This creep put that girl in a snow white dress and recreated the whole story from the book with the apple and the deep sleep and everything. You're a better detective than I thought you'd be. Thanks. So he planned it all out. He had all the details noted down. Only then when it comes time to kiss her and wake her up. Yeah. I hope you're just about through. I don't really want to stay in here any longer. Okay, umschlag. Okay, umschlag. Are those pictures of the dead girl? Not all of them. How do you know? I'm in this one. It was taken last winter. Oh no. Bigby. This kind of stocking, it doesn't just stop by itself. Trust me, I know about this first hand. He'll keep trying to get closer and closer. His stand-in for snow is gone now, so... The next step closer. What is it? It's Crane. That's so clear. We're going to be crying. I've said it. I've said it. I've said it. I've said it. We're going to be after you now. Good. I am dying to get my hands on that disgusting weasel. I'm really starting to like you, Sheriff. You're not afraid to be a complete bastard. Obviously, there will have to be some changes. Hello, Bigby. Take care of it, Bigby. Or I'll take care of it for you. Jesus Christ, Bigby. Is that you? No. No. No.